Wir haben schon überlegt, wie können wir etwas machen für eine neue Kundschaft, für vielleicht junge Kunden, etwas Neues. Und dann wäre ich recht, dass wir es etwas modern sein, dass wir es aber etwas fein sein. Und dann haben wir eine Kieslinie zu kreieren. Und dann haben wir einen Pinke Kies, einen Rubik Kies und einen Fisi Kies. Es soll etwas Neues sein. Es soll vom Druck her etwas Neues sein. Also man sieht die Flasche schon wie bedrückt. Ich glaube, das Resultat kannst du immer sehen. Es ist eine sehr schöne Sache. Es ist eine Flasche, die auffällt. Es ist eine Flasche, die Lust gemacht. Es ist, dass du uns Feedback gemacht hast von den Kunden. Die wollen auch probieren. Die wollen, dass etwas drin ist. Und die sind im großen und großen Teil sehr überrascht und sehr überzeugt von dem, um die Köpfe zu tun. Und von dem, was wir sehen, sind wir sehr zu viel. Burs押忍 und für Mrs entrüstet, dass sie sich sein. Mit dem, was weise er !